Futterstelle, aha. Das kann ja was werden. Oha, wir sind jetzt in der Wüste. Futterstelle, ja hurra. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Alter, das ist unglaublich, was der für eine Wahrnehmung hat. Oh, Freunde. Das wird jetzt hier ein harter Ritt. Bloß nicht entdecken lassen. Alter, das wird richtig hardcore. Das wird jetzt runter hier. Hier können wir speichern, das ist gut. Heftiger Mist hier. Übel, übel, sprach der Dübel in Verschwand in der Wand. Aua. Noch mal eine ganz neue Variante hier. Heimat Ohren, Gerüchte untersucht. Wir gucken, ist das jetzt aufgedeckt? Ja. Hier können wir schämen im Sand sehen, Ori. Eins war dies die Heimat der Gorlek, ehe der Verfall sie unter die Erde trieb. Ob ganz nie, wenn so wird, wenn wir das Licht nicht zurückbringen können. Windwüste. So, da ist es stachelig. Ja, das bringt hier nichts. Windwüste. Oh, hier haben wir was. Muss man schon wieder jemanden entdecken. Ja, genau. So, hier hoch geht es jetzt und dann müssen wir, na, theoretisch hier rüber. Jawohl. 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 Waage. Achtung. schaufel auch geil ja aus wie sonnen paradies hier aber muss man da jetzt drauf gehen 681 83 3 erz haben wir jetzt wir sind ja erz konservativ das wortspiel da kommen wir nicht weiter die sind gepanzert da brauchen wir es gar nicht erst probieren die irgendwie man das ist schon wieder ärgerlich das war die mal nach oben kriegt so wir wechseln jetzt mal auf schwert das gibt mir ja auch im sack so jetzt mal ruhe hier ist jawohl da brauchen wir uns flinke füße glaube ich geht es jetzt auch weiter das ganze dornen überall vielleicht hat der energie punkt für uns dankeschön ja hat er hier wahrscheinlich weiter das wird nicht einfach und müssen wir sehr flink sein jawohl so lobe ich mir das hier ist ein hebel was der öffnet so kein secret hier oben das gibt es ja nicht gehen wir mal nach unten weiter wenn ich jetzt wegen der unterfalle krabbel die zauern hinter die mütze und nein hier ist ja wieder so eine futter stelle ich sehe doch die hier ist das futter da wir können jetzt ja mal links über das nächste auch zerstören dem wir jetzt hier wieder wechseln ja ich muss natürlich auch x drücken damit ich es dann auch jawohl keine secret hier ich muss wahrscheinlich schnell sein ja ja mir fehlt gerade was ein genau jetzt könnte ich auch noch da oben aber es macht ja keinen sinn das würde keinen mehrwert bringen mit dem versprechen korlekt minen arbeiter reisen auf da auf ein wort nein nein keine sorge ich bin dem verfall entkommen der von so viel meines volks besitze ergriffen hat aber es gibt ein problem du du hast nicht zufällig etwas wasser oder ich fürchte meine feldflasche ist bei einem stolz kaputt gegangen nicht dass ich dorst hätte ihr golex sind harte im nehmen ich könnte tagelang diese wüste überleben aber hin und wieder ein schluck frisch wasser tut der seele gut und meine seele ist am verdorsten dann gucken wir mal was für ihn tun können da oben rieselt der stein aber nichts machen das heißt wir müssen hier lang oh jawoll du hast eine neue fähigkeit erlernen drücke rb um dich im sand zu bewegen drücke rb dann erneut um beim wühlen zu sprinten oh das ist ja geil jawoll geisterprüfung belohnung nicht schlecht wenn sogar ein sandboden kriechen hat doch was wir für fähigkeiten mittlerweile haben so wie kommen wir denn jetzt hier wieder weiter ach alles klar hier oben geht es weiter gehen aber da waren wir schon drücke im sand rb um wühlen vorwärts zu sprinten oder aus dem sand zu springen das ist ja auch mal geil hallo erschöpftes wesen ich weiß nicht ich weiß nicht ob geister wasser brauchen aber wenn doch dann fürchte ich wirst du anderswo danach suchen müssen einige glauben an einer der anderen karten worte gäbe es nicht viel zu kartografieren aber der sand ist immer immer fort in bewegung ich könnte eine karte nach der anderen zeichnen wo wir gerade wenn karten sind sprechen möchte so eine karte ja klar verbindliches dank aber gut ist ja immer decken dass wir immer diesen karten zeichen haben das ist aber fett wenn es nach dem quest geht oder so dann geht es nach da oben unter dem wanderdünen ok das ist das ziel super haben wir schon wieder eins wenn man jetzt hier lang geht denkt man gleich so ich habe die möglichkeit mich hier überall durchkramen zu können was ich habe die möglichkeit mich hier 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 runterfalle. Ich konnte doch vorhin, als ich gesprungen bin, eigentlich diesen Sandstein irgendwie... Es geht nur bei diesen runden Steinen. Wenn ich da RB drücke, dann kann ich mich nach oben katapultieren. Shit. Ich muss da nämlich nach oben. Ah, geht doch. Ah, alles klar. So, jetzt sind wir hier. Wir trinken kein Bier. Ah, hier ist ein... Können wir uns nach oben durch? Ne, ich dachte, wir können nach oben jetzt durch. Doch, geht doch. Ja, bitte. Sagt's denn. Ey. Okay, wir müssen aufpassen. Ey. Mann, Mann, Mann. Ungeschickt lässt grüßen. So, echt geile Feature hier. Wollen wir ein bisschen ausweichen. Gräbt sich aber ganz gut. Äh, was macht er denn da? Ja, da zweifelt man manchmal am Verstand. leaders again. Also, die Kronegart rbsbre纸. Also, ich muss mal am Verstand mit ihm. Ich muss mich selbst anerken. Auch mal wieder. Und dann sind wir mit ihm. mal was haben wir denn hier von fragmente an der lebenszelle du hast ein fragmente an der lebenszelle gefunden finde die zweite heft um dann maximal leben zu erhöhen aber dass dann da ist manchmal lohnt es sich doch noch mal ein bisschen worden das zu gucken aber hier noch ein hebel an den haben wir schon jawohl jetzt habe ich alles klar jetzt weiß wie es geht wurde ja eigentlich auch gesagt dass ich so machen soll der piepen hat es auch überall das ist es hier haben die alten gorlek ihr wunder errichtet gewaltige türme gesprungene bürgen sie sind nur alle zu staub und ruinen zerfallen währenddessen kaum die großen gold und den sand war ehrlich zu sein bin ich auf der suche nach etwas das sich zu plündern lohnt stattdessen fand ich sand jede menge sand du siehst so aus als erst du mit dem graben vielleicht kannst hast du ja mehr glück wo diamanten jawohl spiel gespeichert das ist sehr schön nach oben das war klar dass er mich platt macht kaum energie gehabt auch gott sei dank ein bisschen energie frage noch immer hier noch mal lang muss doch funktionieren ja komm geht drauf geht rauf die steuerung so hakt kann ich auch nix zu absolut bescheuert noch mal jetzt habe ich aber gesehen wo es lang geht und zwar hier lang das anders wir gehen hier weiter schön so er sieht das oben aber reagiert gar nicht drauf so 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 funktioniert nicht mit der normaler so nach oben aber er kennt das nicht an so 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 so